So ihr Lieben, es ist Nationalfeuertag, wir sind am Praterstern auf der Kaiserwiese. Zur Umgebung, um unsere Kinder zu schützen. Miriam, eine Löwenmama, Dr. Merit Streicher, Hermi Baum, Dr. Petra Baumgartner mit der Sandra. Alle sind sie da, um für unsere Grund- und Freiheitsrechte aufzustehen. Und vor allem um die Kinder zu schützen. Auf der Bühne, Philippe mit Tablito, aus dem Herzen kommt, aus meinem Herzen kommt. Die Liebe steht aus dir hin. Die Liebe darf sie erheben und wir müssen uns erheben für die Kinder, für eine fried- und freudvolle Zukunft. Dieser Kollege Naub segur, ähnlichen Vatergüter. Tommy sich um Mal mit ihr Zeit zurück cuz zu antworten, dass uns ein paar Jahrhunderte altogether stärker ist. Vielen Dank.